Hallo, seid gegrüßt meine lieben Sternfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Orakel von Dölfi und ich erzähle euch die Planetenbotschaften der 49. Woche 2023 und die geht vom 4. bis zum 10. Dezember. Ja, 49. Woche, das heißt, das Jahr ist tatsächlich bald zu Ende. Und wie schön zu hören oder wenn ich euch erzählen darf, dass ab jetzt all das, was so hart und so negativ an Aspekten seit Oktober und November aufwartete, sich jetzt auflösen darf. Das heißt, der Dezember ist in seiner Gesamtstimmung positiver als der November. Ja, und wie sieht das aus in dieser Woche? Also, was erwartet uns? Der Mond, abnehmender Mond, wie gesagt, in der letzten Woche, bevor der Neumond kommt, ist also am Montagmorgen, 4. Dezember, ab 4.50 Uhr in Zeichen Jungfrau und bleibt dort bis Mittwochnachmittag, 17.35 Uhr, Ortszeit Mitteldeutschland bzw. Berlin. Dann geht der Mond in die Waage am Mittwochfrühjahrabend, 17.35 Uhr und bleibt dort bis Samstagfrüh, 4.35 Uhr. Das heißt, das Wochenende steht dann im Zeichen des Skorpions, weil der Mond dann im Skorpion ist. Und ab Samstag hat der Mond dann auch die Position, wo er das letzte Mal Neumond gemacht hat, sozusagen überschritten und dann treten wir auch in die balsamische Mondphase ein. Was gibt es außerdem noch? Zwei sehr schöne Aspekte machen sich hier bemerkbar. Schon am Montag werden wir es spüren und zwar ein Trigon zwischen Venus, die am Montagabend kurz vor 8 in den Skorpion überläuft und dann sofort auch ein Wassertrigon mit Saturn bildet. Und dann spätestens auch schon ab Dienstag spürbar ein schönes Trigon zwischen Jupiter und Merkur, was auch wieder mehrere Wochen anhält, da Merkur nächste Woche am selben Tag des Neumonds dann rückläufig wird und sich dann wieder mit Jupiter treffen wird. Gut, das sind aber Themen der nächsten Woche. Jetzt schauen wir erst mal, was diese Woche bringt. So, also der Mond in Jungfrau läutet natürlich eine arbeitssame Woche ein, ganz besonders, wenn er abnehmenden Charakter hat und deswegen fühlt ihr euch vielleicht auch gerade geneigt, die notwendigsten Dinge vor Weihnachten wirklich in dieser Woche zu erledigen. Also Montag und Dienstag gibt euch da der abnehmende Mond in Jungfrau wirklich auch Rückenwind dazu. Zudem vielleicht fügt sich noch ein Impuls dazu, so richtig nochmal auszumisten. Es ist tatsächlich der letzte Jungfraumond in diesem Jahr, der letzte abnehmende Jungfraumond auch in diesem Jahr und daher für die innere und äußere Ordnung wäre ein Ausmisten ganz praktisch, ganz besonders deswegen, weil es dann in unserem Kopf auch wieder hilft, ein bisschen Ordnung zu machen und natürlich um unsere konkreten Verbesserung willen im Haushalt, im Garten, im Kinderzimmer. Das heißt, da ist es vielleicht gerade auch nochmal eine gute Zeit, zwei gute Tage, an denen ihr vielleicht gut erhaltene Schätze beim Aufräumen und Ausmisten findet, die ihr dann weiter verschenken könnt oder auf den Secondhand-Portalen verkaufen könnt. Und zwar, wann verkaufen? Also klar, wer vorgesorgt hat, hat das jetzt schon längst erledigt für solche Nachzügler oder Spontanaktiven, so wie mich zum Beispiel mit wieder Aszendent. Macht das Montag, Dienstag, dann könnt ihr nämlich Mittwoch auf jeden Fall schon mit dem Verkauf starten. Also alles, was ihr Montag, Dienstag schon reingeladen habt, in die Secondhand-Portale oder vielleicht auch vor die Tür gestellt habt. Das ist ja in Berlin und anderen Städten von Deutschland auch üblich, dass man gut erhaltene Dinge rausstellt, damit Menschen, die nicht so viel haben, vielleicht da auch einen schönen Schatz finden. Auf jeden Fall ist Mittwoch, Donnerstag mit Mond in Waage ein wunderbarer Impuls gegeben, zu zeigen, was man hat und dafür zu werben. Das heißt, mistet eure Schätze aus, das, was ihr nicht mehr braucht, aber was andere gut gebrauchen können und verkauft es zwischen Mittwoch und Freitag. Denn auch das Trigon zwischen Venus und Saturn gibt euch ein gutes Gefühl für Wert und Preis, also das heißt nicht zu günstig, nicht zu teuer. Und das Trigon zwischen Merkur und Jupiter gibt euch außerdem noch den positiven Optimismus, auch in vielleicht Dingen, die bisher irgendwie so unter ferner Liefen laufen, plötzlich Sinn darin zu sehen, auch vielleicht für eine andere Person. Und es gibt euch auch Sportlichkeit im Umgang mit eurer inneren Persona. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Was nimmt mich jetzt mit ins nächste Jahr? Wovon kann ich lassen? Auch da braucht man manchmal so ein bisschen Sportlichkeit im Gehirn, um zu sagen, hey, gut, ich spekuliere jetzt mal darauf, dass ich das nicht mehr brauche und dann gebe ich es weiter oder verkaufe es. Und so kommt es, dass tatsächlich Mittwoch, Donnerstag, Freitag absolut perfekte Tage sind für Wandel und Handel und den Tausch von, ja, von schönen Dingen. Das wird in jeder Form auf jeden Fall begünstigt. Und da wir gerade bei Kaufen sind, rate ich euch auch an, auch wenn es um den Kauf neuer Dinge geht, also Weihnachtsgeschenke zum Beispiel, gebrauchte oder auch neue, ist es tatsächlich so, dass diese Woche beziehungsweise vor dem Neumond, also vor dem 13. Dezember, ihr eure wichtigsten Käufe getan haben solltet. Denn der Merkur wird am 13. Dezember rückläufig und das kann dann leicht dazu führen, dass nach Weihnachten plötzlich die Rücksendungen noch größer ausfallen als bisher. Denn, ihr wisst ja, ist der Merkur rückläufig, kann es schon leichter mal passieren, dass man das Kleingedruckte nicht gelesen hat oder dass man irgendwie ein Schnäppchen glaubt gemacht zu haben, was dann nicht ordentlich funktioniert oder dass man vielleicht tatsächlich auch richtig viel Geld ausgegeben hat für etwas, was dann später, da es nicht funktioniert, nicht zurückgenommen wird. Aus welchen Gründen auch immer. Und ihr wisst ja, es wird ja sehr global auch eingekauft, das heißt, von Asien kommen viele Sachen oder auch aus was weiß ich woher. Und dann ist es doppelt so schwer, die Dinge auch zurückzuschicken, wenn es tatsächlich über kontinentale Verkäufe sich dreht, da drum. Und das ist nur so ein kleiner Tipp für Leute, die vielleicht beim Einkaufen halt wirklich etwas Gutes für ihr Geld bekommen wollen. Ansonsten, wer überhaupt keine Geschenke kaufen muss oder so, sondern sich eigentlich nur mit sich selber beschäftigt oder vielleicht auch gerade damit beschäftigt ist, sich vielleicht auch von etwas zu lösen, wie zum Beispiel einer Partnerschaft, einem Job, einer Wohnung oder Freundeskreis oder so, kann gerade dieser letzte Vage, abnehmende Vagemond in diesem Jahr nochmal genutzt werden, um sich von eigenen inneren Bildern von wie etwas zu sein hätte oder sein müsste oder so zu lösen. Weil diese inneren Bilder sind oft auch anerzogene oder alte Prägungen an erzogene Bilder, die vielleicht gar nichts mit dir selber wirklich zu tun haben und die dich auch daran hindern, neue Beziehungen aufzubauen oder überhaupt Neues zu sehen und Neues überhaupt mal anzugehen. Und daher Vagemond, Skorpionmond und auch ein bisschen Schützemond, aber hauptsächlich Vage und Skorpion, eignen sich dafür, abnehmend sich von Dingen loszusagen und zu sagen, hey, habe ich jetzt lang genug mit mir herumgeschleppt, jetzt gucke ich mir das mal von einer ganz anderen Seite an, jetzt transformiere ich das mal oder jetzt löse ich es heraus aus meiner Matrix, aus meiner inneren Matrix, genau. Also, verabschieden ist das Thema der Woche. Verabschiede dich von Dingen, die dich bewusst davon abhalten, dich für neue Dinge zu öffnen. Und der Mond im Skorpion am Samstagmorgen, geht da schon drüber, ist dann spätestens ab Samstagabend, Sonntag auch in seiner balsamischen Phase und lädt uns alle dazu ein, uns in die eigenen seelischen Tiefen noch mal zu begeben. Denn auch dieses ist der letzte abnehmende Skorpionmond in diesem Jahr. Und vielleicht ist es an der Zeit oder vielleicht braucht es das einfach jetzt noch mal, die Beweggründe für emotionale Unsicherheiten oder auch Abhängigkeiten oder auch zum Beispiel Übergriffe noch mal zu erforschen, ja, zu schauen, wie kam es denn dazu, was hat mich dazu gebracht oder warum hänge ich da jetzt immer noch dran oder hänge ich überhaupt da dran oder ist das eigentlich schon längst obsolet und ich tue nur noch so als ob. Also auch solche Dinge muss man zwischendurch immer mal wieder emotional erforschen und vielleicht auch therapeutisch oder eben energetisch behandeln und transformieren. Das heißt, es ist ein emotionales Ausmisten angesagt und praktischerweise gibt es da in meinem Adventskalender, den ihr zurzeit auf meiner Instagram-Seite findet oder auch auf meinem Facebook-Account, da ist an diesen Tagen, Mittwoch ist nämlich Nikolaus, wisst ihr ja, 6.12. und am 9.12. ist der internationale Antikorruptionstag und außerdem balsamische Mond eintritt und das heißt, dass ihr am 6.12. auf meinem Adventskalender eine Rabattaktion zu astrologischen Readings findet, die ihr sozusagen dann bucht, aber später auch einlesen könnt. Das heißt, pro Person kann man ein Rabatthoroskop dann buchen, das könnt ihr dann natürlich auch gerne an geliebte Menschen weiter verschenken. Genau, Informationen dazu findet ihr, wenn ihr mich anschreibt beziehungsweise wenn ihr euch dann eben nach dem entsprechenden oder zu dem entsprechenden Adventskalendertag meldet. Und am 9.12., wie gesagt, Antikorruptionstag, wie wäre es, wenn ihr etwas gegen eure eigene innere Korruption tut, indem ihr bei mir auch wieder eine Rabattaktion nutzt, denn ich werde ein paar Matrix-Coachings sozusagen rauswerfen als kleine Weihnachtsgeschenke und die bekommt ihr dann auch vergünstigt. Aber da schaut einfach mal in den Adventskalender und wenn euch das zusagt, dann bucht es an diesem Tag und dann sehen wir uns auch online oder vor Ort bei mir, um eure innere Matrix, also sozusagen, dass die Skeda, wie sagt man auf Deutsch, ja eure Matrix, also das ganze Netz von Informationen, was ihr euch angeeignet habt und eingesammelt und teilweise wahrscheinlich auch abgelegt und in Schubladen gelegt habt in euren Innern, sie einfach mal zu reinigen und von alten Informationen zu befreien, um Platz für neue Informationen zu schaffen und auch um diese neuen Informationen direkt auch einzuladen in euer System. Okay, genau, gut, genug der Werbung für meiner Einer, beziehungsweise für alles das, was ich euch noch geben kann, wollen wir doch mal schauen, was die Woche dann weiterhin noch aufzu-, womit sie aufwartet. Also, Montagabend, 4.12. geht die Sonne in, äh, nicht die Sonne, Entschuldigung, die Venus in den Skorpion. Dort wird sie bleiben bis kurz vor Silvester, bis zum 29.12. Wenn die Venus im Skorpion ist, ist das eine Zeit, in der intensive Liebe irgendwie immer so ein bisschen so in der Atmosphäre herum driftet und es geht um so eine ganz oder gar nicht Energie. Das heißt, es geht um Emotionalität mit so ein bisschen zwanghaften Verlangen nach absoluter Verbundenheit. Die Gefahr dabei ist natürlich Misstrauen und Geheimniskrämerei, denn es gibt Menschen oder auch Institutionen oder auch Völker, Länder, Politiker, die verlangen, entweder du liebst uns ganz oder du liebst uns gar nicht oder du stehst ganz hinter uns und kritisierst auch nicht das, was wir tun oder denken oder sagen oder wir lieben dich nicht mehr. Genau, und, äh, ich meine, diese Energie spüren wir sowieso, weil Pluto im Steinbock das schon seit einiger Zeit irgendwie, äh, uns da ja prüft. Und prüft sind wir eigentlich, ähm, stehen wir genug für uns in unserer Liebe zu uns selbst, dass wir mutig genug sind, auch mal eine differenzierte Meinung oder Haltung zu etwas zu zeigen, wo gerade ein Mainstream-Charakter sich breitmacht. Und, äh, die Venus im Skorpion könnte das halt verstärken. Das heißt, das kann sich im privaten, aber natürlich auch im politischen Leben aus, äh, ausleben, äh, zeigen. Das Gute aber an dieser Woche ist, dass die Venus gleich mit Eintritt in den Skorpion ein Trigon mit Saturn macht und das ist ein sehr schöner, ein positiver Aspekt und gleichzeitig ein Aspekt, der gerade diese Intensität von Gefühlen, ja, von, äh, ganz oder gar nicht Liebe sozusagen ein bisschen erdet. Hier hilft der Saturn, die Dinge, wie sie tatsächlich sind, zu erkennen und auch anzuerkennen und in jüngster Vergangenheit gemachte Ansprüche unrealistisch, also zu erkennen, dass die vielleicht auch unrealistisch waren oder auch unangemessen. Diese Woche eignet sich daher ganz besonders dazu, auf der Ebene auch entstandene Probleme noch mal zu klären und vor allem aus dem Gefühl oder aus dem Wissen heraus, dass wir ja eigentlich Mensch und Mensch gleich sind. Und es ist egal, ob es dabei um Partnerschaft, um Freundschaft, um Familie, um Beziehung oder vielleicht auch um globale Zusammenhänge geht. Der Saturn auf seinem Grad, jetzt ist er weitergewandert, in den, auf den zweiten Grad, da war er im Sommer schon mal, der mahnt aber hier nochmal zur Vorsicht, denn wenn das Risiko den Gewinn übersteigt oder den ursprünglichen Sinn der eigentlichen Intention unterwandert oder auch nicht mehr unterstützt, dann ist es ratsam, von diesen Dingen Abstand zu nehmen. Das heißt, hast du dir meinetwegen auch irgendein Gebilde in deinem Kopf gemacht und meinst, genau dem jetzt folgen zu müssen, weil du meinst, das sei richtig. Ist es wichtig, auch das nochmal zu überprüfen und zu gucken, Gewinn, Risiko, Chance, was ist realistisch, was nicht. Ja, und wie meine Schwester gestern so schön sagte, in ihrer manchmal etwas strengen Art, alles, was kein Geld einbringt, ist ein Hobby. Energie, das heißt, ja, das kann man jetzt übertragen, also alles, wo du mehr investierst, als das du zurückbekommst, ist irgendwie in der Schieflage, das heißt, der Energiehaushalt stimmt da nicht und dann sind wir schon wieder auf der Skorpion-Ebene der Venus, denn es geht immer darum, dass deine Energie, die du rausgibst, auch irgendwie wieder zurückkommen soll zu dir, damit du keinen Raubbau an dir betreibst. Und die Venus, die auf dem zweiten Grad im Skorpion dieses Trigon dazu bildet, hat ein schönes Bild, und zwar eine zerbrochene Parfumflasche, die ihren Duft überall ausbreitet. Sie will uns dabei daran erinnern, dass alles, was uns einmal miteinander verbannt, auch wichtig ist, aber manchmal halt auch eine Erinnerung, also in die Ebene der Erinnerung gehen darf. Damit wir gemeinsam neue Horizonte für die Zukunft erreichen können, müssen wir einige der Bindungen an das, was wir mal geliebt haben, woran wir absolut glaubten, oder was uns mega wichtig war, wovon wir total überzeugt waren, dass das richtig sei, dass wir nach dieser inneren seelischen Prüfung halt auch bereit sind, aufzugeben, wenn wir merken, es hat irgendwie keinen wirklichen Sinn mehr, wenn ich an die Neuzeit denke. Irgendwie fühlt es sich dann alt und rostig an. Und der Duft der schönen Erinnerung, der wird dennoch bleiben. Und letzten Endes auch den bitteren Geschmack des sich Trennens von alten, liebgewonnenen, zum Beispiel Gewohnheiten oder so, ja, das wird es überdauern. Viel wichtiger ist aber darin zu erkennen, dass jeder Moment, den wir erleben, ein kreativer Ausdruck unseres Selbst ist. Und jetzt mal mit den Venus-Worten gesagt, jeder Moment, in dem wir geliebt haben, wirklich und ehrlich, wo wir wirklich in Nähe zu ließen oder auch bereit waren, uns hinzugeben oder auch mit anderen zu teilen, wo wir geteilt haben, ist ein Ausdruck unserer Herzkraft. Genau. Und diese Kraft floss und fließt noch immer und breitet sich nach wie vor immer weiter in der Welt aus. Und das zu wissen und darauf zu vertrauen und sich immer wieder auch mit seinem Herzen zu verbinden, genau deswegen, das ist so unglaublich wichtig. Ab Dienstag kommt dann außerdem noch ein Aspekt dazu, der uns helfen kann, weniger echauffiert immer auf die Dinge zu gucken, sondern eher bodenständig zu denken und zu integrieren. Und zwar ist das, der Jupiter in Stier immer noch rückläufig macht ein Trigon mit Merkur im Steinbock. Das heißt ein Erdtrigon. Gerade eben ging es um ein Wassertrigon, da ging es mehr um die Emotionen. Ja, und jetzt geht es mehr um konkrete, greifbare Angelegenheiten. Genau. Die ernsten Gedanken des strukturiert denkenden Merkur in Steinbock werden von dem Jupiter auf der anderen Seite mit Zuversicht gewürzt und ein bisschen erhellt. Das heißt, die Melancholie vielleicht, die man irgendwie so denkt, hat ja alles keinen Sinn oder wo soll es noch hingehen und so. Da kommt jetzt so ein bisschen Optimismus mit rein. Es ist deswegen ein ausgezeichneter Aspekt zum Pläne machen. Und dieser Aspekt wirkt fast bis Weihnachten, da Merkur nämlich am 13.12., ich habe es vorhin schon mal erwähnt, rückläufig wird, und dann mit dem Jupiter noch mal ein Trigon auf einem zwei Grade weiter sozusagen, nicht weit weg voneinander, noch mal ein Trigon macht. Bei Jupiter und Merkur geht es darum also, in diesem Fall das Glas halb voll zu sehen, seinen eigenen Verstand zu öffnen, die eigenen Chancen zu erkennen, Gedankenimpulse als Möglichkeiten zuzulassen, der Inspiration zu folgen, dein eigenes Gesichtsfeld zu öffnen und wahrzunehmen, wann Begegnungen sich gerade ergeben oder dass Begegnungen sich ergeben können, die auch förderlich sein können, die dich auch wirklich mal so ein bisschen größere Schritte vorwärts gehen lassen können, wenn du sie wahrnimmst und annimmst. Denn es ist wichtig, weil man vielleicht ohnehin gerade auf der Suche nach neuen Informationen oder auch Attraktionen ist, ist ja auch Weihnachten. Genau, und Jupiter auf seinem Grad ist darum bemüht, er ist ja rückläufig und ist deswegen immer noch darum bemüht, dass wir über unsere Wachstumsprozesse reflektieren. Ganz besonders so, was ist in der letzten Zeit gewachsen, was ist gut gewachsen, was ist schlecht gewachsen, was ist in den letzten zwölf Jahren gewachsen, also seit Jupiter das letzte Mal im Stier war oder auch in den letzten 24 Jahren, kann man ja sagen, so was ist passiert, so seit 2000. Genau, welches Wachstum war gut und führte zu Stabilität und Nachhaltigkeit und sicherte vielleicht auch unser Territorium. Welches Wachstum hingegen war zu viel und muss wieder zurückgeschraubt oder beendet werden. Also solche Dinge bringt Jupiter ins Feld. Und auf seinem Grad sagt er außerdem, löse dich von dem, was dir in deinem Bestreben nicht dienlich war oder wo du dir selber was geraubt hast oder wo du anderen den Raum geraubt hast, also wo du territorial sozusagen, wo da was verschoben wurde, was vielleicht gar nicht angemessen war. Sei dann aber auch mutig, aus der Asche dessen, was vom Alten übrig blieb, eine neue und schöpferische Lebensweise zu entwickeln. Statt dich jetzt so zu, wie sagt man, zu verschränken und eine verzerrte Kompensation dessen, was schon lange nicht mehr gut lief, nachzujammern und zu sagen, ich will das Alte wieder zurückhaben. Das bringt uns alle nicht weiter. Genau. Orientiere dich also danach, was die neue Zeit evolutionär von dir will. Und da fällt mir dazu ein, ich weiß nicht, ob ihr das Wort Epigenetik schon mal gehört habt, Epigenetik ist das Wissen darum, dass unsere Zellen jederzeit immer am Lernen sind und genetische Prozesse nicht von Generation zu Generation weitergegeben werden, sondern dann genetische Prozesse tatsächlich mit deinem Handeln, mit deinem Denken, mit deinem Fühlen zu tun haben. Das heißt, wenn du dich ständig blamest, also wenn du ständig schlecht über dich sprichst, dann speichern die Zellen in dir schlecht, schlecht, schlecht. Und dann ist es auch ziemlich schwierig, da irgendwo was Gutes zu sehen. Und das heißt, wenn wir uns evolutionär positiv für uns auch mit Zuversicht und Optimismus weiterentwickeln wollen, ist es ganz wichtig, dass wir auch uns selber immer wieder sagen, dass wir uns gern haben, dass Scheitern einfach eine Stufe des Lernens ist, dass es keinen Grund gibt, uns schlechter zu machen, nur weil vielleicht wir gerade eine schlechte Phase haben. Sondern immer wieder auch uns selber bestärken und sagen, wenn du voll und ganz mit deinem Herzen, mit deiner Wahrheit gehst, dann wird es auch der richtige Weg für dich sein. Wichtig ist, dass es dein Weg ist und nicht der von irgendjemand um dich herum, der meint, besser zu wissen als du, was du brauchst. Und der Merkur auf diesen Grad, der sagt dann auch, sei visionär und sei mutig und sei tapfer und halte durch. Es geht jetzt um deine Meisterschaft. Nimm diese Herausforderungen an, auch wenn sich dein alter Zahn noch streut, sozusagen, und hier melden, ich will jetzt aber nicht aus der Komfortzone, ich will aber jetzt nichts ändern, ist doch bisher alles gut gelaufen. Wir sind doch in einem epokalen Wandel. Im Moment muss man alles überprüfen, ob es wirklich gut gelaufen ist oder ob das nur eine Mogelpackung war. Das heißt, das kann auch sein, dass wenn du jetzt gerade mutig nach vorne gehst und einen ganz neuen Weg ausprobierst oder so, dass du da erstmal alleine bist. Dein Netz wird sich da aber schon eröffnen. Und die Venus, die läuft auch noch in diese Konstellation rein und baut dann zusammen mit Lillet, Merkur, Jupiter, Venus, bauen eine schöne Trapezfigur am Sonntag, den 10.12. Und das heißt, dass diese ganzen Kräfte, also die Kraft der Liebe, Venus, die Kraft des Geistes, Merkur, die Kraft des Glaubens und auch der Persönlichkeit und die philosophische Kraft in uns, die wir alle haben und die Kraft der Selbstbestimmung sind miteinander im Flow und fordern uns eigentlich dazu aus, auf die balsamische Mondphase des Mondes im Skorpion zu nutzen, um uns unserer schöpferischen und selbstständigen Kraft des Geistes, der Seele bewusst zu machen und unserer eigenen Originalität klar zu sein, also auch an uns zu glauben, das meine ich damit. Und denn unsere Originalität, unser eigener Geist, das, was du zu etwas denkst, was dein Nachbar, deine Nachbarin vielleicht ganz anders denkt, wo dein Lösungsansatz ist oder der anderen Person, einfach mal gucken, dass jeder findet seinen eigenen Weg, wenn er sie an sich glaubt. Und das ist die Originalität, die dir auch immer wieder sagt, du bist in der Lage, deine eigene Lösung zu finden oder deine eigenen Fähigkeiten in die Welt zu bringen, um ein Verständnis, also und ein Verständnis dafür zu entwickeln, damit du weißt, wer du bist, was dich ausmacht, wer du wirklich bist und was du beitragen kannst zur Welt und auch zu einer schönen Zukunft. Genau. Auch wenn es jetzt ganz, ganz bitter gerade aussieht und wir wirklich gerade so das Gefühl haben, wir sind richtig mal wieder so in Kriegszeiten. Ja, auch das geht vorbei, denn wir sind in der Nadelöhr-Situation, wisst ihr noch, das berühmte Nadelöhr. Wir sind in einem globalen Nadelöhr und stecken da immer noch drin. Aber der Horizont ist bald sichtbar und ich hoffe, mit dem Neumond in Schütze in zehn Tagen werden wir darüber mehr erfahren. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon eine Woche, in der ihr das Beste für euch herausholt, vor allem aber Herzkraft und besucht meinen Adventskalender. Ich freue mich dann auf eure Rückmeldung und wünsche euch alles Gute. Euer Orakel von Delphi. Ciao, ciao.